Herzlich willkommen zur Vorstellung der Hack-Dickbiss Imst. Du arbeitest gerne mit Computern und du interessierst dich für technische Themen? Du möchtest eine zukunftssichere, coole Ausbildung, die dir alle Möglichkeiten für Beruf und Studium offen lässt? Dann bist du bei uns an der Hack-Dickbiss in Imst richtig. Die Hack-Dickbiss Imst ist eine ganz spezielle technische Hack. Wir bilden dich bei uns zum Informatiker mit Wirtschaftskompetenz aus. Die Hack-Dickbiss ist der einzige Hack-Typ, dessen Absolventen nach der vorgesehenen Berufspraxis auch den Ingenieurtitel beantragen können. Bereits ab der ersten Klasse tauchst du in verschiedenen IT-Fächern tief in die Welt der Bits und Bytes ein. Du lernst, wie man komplexe Computerprogramme, Mikrocontroller, Anwendungen für die Cloud, Computerspiele oder auch Apps fürs Handy entwickeln. Wir bauen Computernetzwerke mit dir auf, konfigurieren sie und zeigen dir, wie man sie absichert. Hier zum Beispiel befinde ich mich im neuen IT-Netzwerk-Labor der Schule, in dem unsere Schülerinnen und Schüler ihre Übungsnetzwerke einrichten und betreiben. Du wirst bei uns auch Websites und komplette Webshops entwerfen, programmieren und so optimieren, dass sie von den Suchmaschinen auch gefunden und von den Endbenutzern optimal verwendet werden können. Fotografie, Bildbearbeitung und Videoschnitt sind Themen im Fach Internet, Multimedia und Content Management. Wir zeigen dir, wie man Fotos erstellt und nachbearbeitet. Außerdem lernst du alle wesentlichen Aspekte der Produktion von Videofilmen kennen. Andere Informatikfächer der Ausbildung beschäftigen sich mit der Entwicklung von Datenbanken und Datenanalyse oder auch mit der IT-gestützten Organisation und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Du bekommst außerdem eine fundierte Wirtschaftsausbildung auf Hackniveau. Die Informatik ist eine schnelllebige Disziplin. Durch unsere Spezialisierung im Informatikbereich können wir uns im Unterricht auch intensiv mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Unsere Schule bietet dazu die Infrastruktur und das Know-how. Du verwendest die 3D-Drucker und die Laserkatter der Schule, um Verkaufsartikel für die Übungsfirmen, Ersatzteile, Dekomaterial oder auch Teile für deine Abschlussarbeit zu produzieren. Hier siehst du zum Beispiel eine vollautomatisierte Zuchtkammer für Insekten. Ein Kooperationsprojekt mit der Universität Innsbruck. Unsere Schülerinnen und Schüler haben alles selbst gebaut und mit Mikrocontrollern, Motoren und Sensoren so weit automatisiert, dass vollautomatisch optimale Bedingungen für die Zucht von bestimmten Insektenarten hergestellt werden. Du findest auf unserer Webseite auch einige weitere Videos von Abschlussprojekten unserer Schülerinnen und Schüler. Schau dort einfach vorbei und du bekommst einen noch besseren Eindruck davon, was unsere Absolventinnen und Absolventen am Ende ihrer Schulaufbahn alles erreichen können. Eines dieser Projekte beschäftigt sich zum Beispiel mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz im Rahmen von Gerichtsverfahren. Künstliche Intelligenz, KI, ist bei uns auch Thema im Unterricht. Wir zeigen dir zum Beispiel, wie man künstliche neuronale Netze programmiert. Hier siehst du zum Beispiel eine KI, die wir darauf trainiert haben, auf Basis von Produktbildern aus dem Zalando-Webshop zu erkennen, um welche Art von Bekleidungsstücke sich handelt. Schuhe, T-Shirts, Hosen und so weiter. Die Hackdickbissimst hat sogar ihre eigene Kryptowährung. Mit unserer Kryptowährung und dem dazu entwickelten Lernwerkzeug können wir dir zeigen, wie digitale Währungen funktionieren und wie man diese auch selbst programmiert. Ein besonders beliebtes Thema im Programmierunterricht der dritten Klassen ist Minecraft-Modding. Du lernst, wie man Minecraft-Mods plant und in Java programmiert. Hier siehst du zum Beispiel ein Minecraft-Mod, mit der unsere Schülerinnen und Schüler Tiere in Minecraft fliegen lassen. Und auch Voice-User-Interfaces haben wir schon programmiert. Das hier ist der Echo Dot von Amazon. Mit ihm können wir mit Alexa kommunizieren. Alexa, starte Fakten-Service. Willkommen zum Alexa-Service der Handelsakademie und Handelsschule Imst. Über welchen Schultyp möchtest du interessante Schulfakten erfahren? Über die Hack für Wirtschaftsinformatik. Die Klassen der Handelsakademie für Wirtschaftsinformatik werden ab dem ersten Jahrgang als Laptop-Klassen geführt. Alexa, erzähle mir einige weitere Fakten über die Dickbiss-Hack Imst. Ein Drittel aller Schulstunden sind an der Handelsakademie für Wirtschaftsinformatik Informatikstunden. Alexa, Stopp. Okay, dann bis später. Du siehst, auch Alexa kennt die Dickbiss-Hack Imst. Du interessierst dich für Informatik und Wirtschaft? Du suchst eine zukunftssichere technische Ausbildung im Tiroler Oberland mit allen Möglichkeiten für Studium, Beruf und mit Option auf den Ingenieurtitel? Dann bist du bei uns richtig? Hier in Imst, wir freuen uns auf dich.